Willkommen bei Playroom 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 Aber wenn du offensichtlich still bleibst, dann ist klar, dass du Traitor bist. Wieso? Ihr wart da eh zu dritt hier im Raum gemacht. Nee, aber ich hätte ja auch Caro vermutet. Warum? Naja, weil die auch so komisch waren. Ich stand die ganze Zeit vorhin hier drin. Ihr macht nur Scheiße, Alter. Ihr macht nur Scheiße. Oh, der Tisch ist kaputt. Hans, mach auch ein paar Picture. Der andere? Alter, mit deinem Scheißbild, ey. Der Tisch kann nicht hochheben, Mannes. Ich bin früh verloren. Seht doch schon wieder von euch. Vollidiot, ne. Weck mir. Ich finde die Maps so unübersichtig. Ernsthaft. Ach, Quatsch. Hier. Hier, wer will einen Stuhl von euch haben? Wer, 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 Robert? Wer, Hansch, Alter, wer? Krass, der ist ja schieß, ey. Alter. Was geht denn mit euch, ey? Ohne Scheiß. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr Vichser, Alter. Warum schießt ihr da auf mich? Solche Follungs. Und die Tür nicht auf? Oh Mann. Alter. Wer hat jetzt erst geschossen von euch zwei von Idioten, ey? Hans hat, äh, du hast auf mich gebargert, Hans hat auf dich gebargert, ich hab auf Hans gebargert, Hans hat auf dich gebargert, ich hab auf Hans gebargert, Hans hat auf mich gebargert, Hans hat auf mich gebargert, ich hab auf Hans gebargert, Hans hat auf mich gebargert, Hans hat doch nur in den Stuhl geschossen. Und Pussy hat gerade auf mich gebargert, die, Hölte. Hey, die war ja Traitor. Oh, hier hüpft ich nicht ran rum. Hey, Robert, Alter, du darfst nicht immer so schnell schießen, ey. Na willst du mich verarschen? Du hast mich abknallen lassen von dir. Ach klar, war es Spitz wohl ein bisschen, oder was? Hä, du Spass, du hast uns erst geschossen. Hallo. Robert schießt schon wieder, gell? Ich hab gar keine Wuppe mehr. Nein, ich schieße nur, aber Dennis schießt nicht, stimmt. Hallo. Ey, ey. Was ist denn bei euch los? Ja, ja, ich hab's schon gesehen, Hans. Was war man denn schon wieder für Dummheit, ne? Ich mach' keinen, du beiden. Am Arsch, am Arsch, Robert ist es. Nein, ich kann's gar nicht sein. Robert ist es doch, kann mit. Ich kann's gar nicht sein, so Quatsch. Doch, Robert schießt aber auch nicht. Quatsch, ich bin's gar nicht. Ey, Hans, weh, du schießt mit dem Rücken, Alter. Okay, das hast du erzählt. So oft richtig, dass Robert ist. Das bin ich nicht. Hä, wer war's jetzt? Ja, es sind Bäume. Ein Robert war's. Der hat mich abgeknallen. Boah, habt ihr einen Schwein, Alter. Hans hat den richtigen Trast gemäht. Genau. Alter, du kannst den sogar raus. Alter, ich wollte den haben. Nimm mich Karo. Hä? Die tanzen miteinander. Die tanzen miteinander. Nur mal, Alter. Das hier ist die Kamera. Ich weiß nicht. Das hast mir schön screenig gemacht. Geh mal weg dir, Junge. Und meine Damen und Herren. Ich möchte hier einen Vortrag halten. Kommen Sie bitte in den Konferenzraum. Hier. Hat einer noch was zu essen? Ich habe hier eine Mikrowelle dabei. Du, Alter. Du bist definitiv der Trader mit der Mikrowelle. Ich bin überhaupt nicht der Trader, Alter. Mit der Mikrowelle, Alter. Huch. Was ist das für ein Raum? Lächtet du so doof, Hans. Oh, nix. Au. Ich finde hier, die Räume hier sind viel zu eng. Man kann sich hier überhaupt nicht bewegen, aber... Jetzt gleich wieder das Massaker. Ja, kann man die Radius ansteigen? Die Mikrowelle ist liebens. Hier. 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 Die Mikrowelle ist liebens. Im Tisch kaputt, genau. Da. Was für eine Waffe hier? Das ist die Gold. Entschuldigung, Mann. Ich dachte, das wäre... Du wärst im Shop und... Ach, keine Ahnung. Ach, ich muss mich nicht schütteln. Induzent. Ich weiß, wie ich entschuldig bin. Leid. Leid. Ich hatte den Verdacht, dass du Trader wärst. Ich hatte den Verdacht, dass du sie schütteln. Ich hatte den Verdacht, dass du sie schütteln. Ich habe den Verdacht. naja du musst halt e drücken bei der c4 und dann sind auch links das kästchen wenn du e drückst also erstmal legst du musst du das hier als waffe und dann musst du mit e noch mal draufklicken und dann musst du auf arm am bedeutet scharf scheiden ok und das hat mein handy Nein, das wird... Oh, hau... Fiegel! Geh doch mal in die Faschel, dann! Alter, warum schießt ihr auf mich? Warum hab ich keine Waffen? Was ist los? Was ist los? Wo war das Traitor? Nein, wo war das so gut? Und Innocent, oder was? Ja... Ich fragte ein bisschen gerade der Fahrstuhl. Was sind die Fahrstuhl? Oh, Traitor, verarscht du es! Hans ist es! Das ist gar nicht! Das ist auch richtig! Also, es ist Robert... äh, Dennis! Dennis, du verarscht mich! Ich weiß nicht! Du verarschst mich bei der Hans, gell? Ihr seid so blöde! Hans, alter! Nein, nee! Ich dachte, der ärgert mich, dass er immer will! Nein! Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm! Was? 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 Was ist denn jetzt alles tot? Oh, das war eine Bumbe相 yem. Doch, das lenkt voll ab, Alter! So was blödes eigentlich did? Oh, es war ein bunlar total! Jetzt, junge B***! also ja wo warst du Karo? nirgendwo unten oder was? ne du hast dich jetzt selber hochgejagt oder was? ich? ne ich mein Dennis ich bin doch hier am Leben Alter ach so hier schwebt erst mal ein Tisch ey ist eben und bleibt beste Waffe ey, die Shotgun ja die Shotgun und die Eagle ah da kommen wir auch rein what the hell Karo hat einfach gescheissen nirgendwo das war das seltsam Karo hat einfach gescheissen scheiße so liebe Leute das war die Runde bis zum nächsten Mal tschüss war das scheiße